Die Liebfrauenkirche, die Klosterkirche des Franziskanerordens. Die Kirche zu unserer lieben Frau wurde 1239 erstmals urkundlich erwähnt. Stifter war Graf von Berg. Er war es auch, der die Siedlung Ehingen ab 1230 befestigen ließ. Der massive untere Teil des Kirchturms lässt vermuten, dass die Kirche ursprünglich als Wehrkirche konzipiert war. Von den Umbaumaßnahmen Mitte des 15. Jahrhunderts ist so gut wie nichts mehr erhalten. 1616, kurz vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, gab es im Magistrat der Stadt Ehingen Bestrebungen zur Ansiedlung eines Klosters. Die Mönche sollten sich um die wachsende Zahl der Wallfahrer kümmern. Erzherzog Leopold schickte zunächst vier Brüder des Franziskanerordens nach Ehingen. Gemäß ihrer Ordensregel lebten die Klosterbrüder von Spenden und Almosen. 1638 erhielt der Orden die Liebfrauenkirche als Klosterkirche. Daneben bekam er zusätzlichen Baugrund für weitere Klostergebäude. Noch war der Dreißigjährige Krieg nicht beendet. Da machte sich 1648 der Bräses der Franziskaner an den Ausbau des Klosters. 1652 war der Konvent vollendet. Da die Zahl der Wallfahrer ständig stieg, erfolgte 1723 ein vollständiger Neubau der Klosterkirche. Mit Ausnahme des Turms wurde der gesamte gotische Vorgängerbau abgerissen. Das neue Gotteshaus wurde im Barockstil geplant und gebaut. Äußerlich musste das Gotteshaus dem Armutsideal der Franziskaner entsprechen. Absolut nicht ärmlich war dagegen die Inneneinrichtung. Mit ihren sieben prunkvollen Altären und den weiß übermalten Schnitzfiguren wirkt das Kircheninnere regelrecht verschwenderisch. Der Hochaltar wurde von dem Ehinger Bildhauer Zacharias Binder geschaffen. In seinem Zentrum steht das Gnadenbild der Mater Amabilis. Diese Arbeit aus dem 15. Jahrhundert wird Hans Mulcher aus Ulm zugeschrieben. Bis zur Aufhebung des Klosters 1806 war die Figur mit Kleidern aus echtem Stoff eingekleidet. Daneben trug sie Goldschmuck und kostbare Perlen. Dabei handelte es sich um Spenden und Opfergaben reicher Bürgerinnen und Adelsfrauen. Sehenswert sind auch die Figuren von Kaspar Waldmann am Kredenzaltar im Chor. Martin Weller schuf die Altarbilder. Sie zeigen die Heiligen Drei Könige, Franziskus und die Kreuzabnahme. Leider ist der Künstler nicht bekannt, der die Figuren der Heiligen Clara und der Heiligen Elisabeth am Seitenaltar geschaffen hat. 1806 ging Ehingen über in den Besitz des Königreichs Württemberg. Das Kloster und seine 14 Patres mussten um ihre Existenz fürchten. Zunächst wurde die Auflösung des Konvents verschoben und Kloster Ehingen zum Zentralkloster der Franziskaner ernannt. 1822 jedoch starb der letzte noch verbliebene Mönch. 1825 ging das Kloster dann über in den Besitz der Stadt Ehingen. Sie richtete dort ein Altenheim ein. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.